Also wenn man jetzt immer anfängt, über Tabelle und Situationen zu reden, dann glaube ich, macht man sich unnötig Kopfzerbrechen. Aber ihr macht sich auch immer unnötig Kopfzerbrechen. Ob der Druck möglicherweise natürlich belastet, denn man weiß ja, gegen die Austria sollte am besten ein Sieg her, wenn man sich diese Situation vor Augen führt. Den Druck habe ich noch, wenn ich aufs Klo gehe.